Und es hieß, er ist doch heiß! Er kann ihn nicht aufhalten! Klasse Flanke! Sie liegen vorne und das hat er sich absolut verdient. Ja, guck mal nur auf den Spielverlauf von der Pfanne. Ja! Hereingabe! Da kommt niemand ran! Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich klar, hat er einiges zu fehlt. Wird jetzt gefährlich! Das zieht er ab! Der Ball geht nicht rein! Weiter ein Tod und er schießt! Die spielen das ja gut! Bekommen ihre Chance und liegen auch vorne! Das könnte es sein! Er schießt! Starke Parade! Er schießt! Starke Parade! Wie macht der B denn rein? Da kommt er rein und macht gleich sein Tor! Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel! Jetzt müssen wir aufpassen! Da kommt die Schlanke! Gibt's jetzt den Tor! Der Ball ist drin! Super Timing per Kopf! Da macht er alles richtig! Drift den Ball gut mit dem Kopf! Tolles Timing bei diesem Auffall! Das macht er richtig gut! Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung! Schau! Da kommt die Hereingabe! Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Aus der Distanz war es leicht für ihn das Tor zu machen!